Servus Leute, heute mit einem Godroll Guide zur Multimach. Wir beginnen direkt mit dem Lauf. Hier solltet ihr immer etwas mit Reichweite nehmen. Man kann einen weiten Lauf spielen, hat da aber Stabilitäts- und High-Endlings-Malusse. Den hammergeschmiedeten Lauf kann man sehr empfehlen mit 10 Range oder den Kleinkaliberlauf mit plus 7 auf Stubby und Range. Weitergemacht beim Magazin würde ich auf jeden Fall die verbesserten Geschosse empfehlen. Mit plus 10 Range sind sie auf jeden Fall die beste Option bei dem Magazin. Beim ersten Perk-Slog gibt es verschiedene Alternativen. Ich empfehle dabei Dynamic Swing oder Moving Target. Beim zweiten Perk-Slog geht man am besten entweder mit Target-Log, Tipp mal an, Kill-Clip oder Eisenspannung. Bei Eisenspannung hat man jedoch einen sehr großen Stabilitäts-Malus. Beim Masterwork gehen wir auf jeden Fall mit Range oder wenn es sich irgendwie anbietet mit Stability. Mod, Zielkorrektor. Den Roll, den ich aktuell spiele, ist der hier. Weiterlauf, verbesserte Geschosse, Dynamic Swing, Tap the Trigger mit Zielkorrektor und dem Range Masterwork. Haut rein, bis zum nächsten Mal. ù ist der Moment im Auftrag des Chines. Weitere Chronos signed malaria.